So Leute, willkommen zurück zu Rogue Legacy. Wir sind der Vampir. Leider kein Waldläufer. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da drüben weitermachen sollten. Oder ob wir uns tatsächlich erstmal um das Gebiet oben kümmern. Weil oben kommen wir zumindest weiter, ja. Mir gefällt unser B-Angriff, glaube ich. Aber naja, der gefällt mir nicht so. Der kostet zwar wenig Mana, aber er ist nicht ganz so geil. Katalysator oder Kriegstrommel. Verhöhet deinen Schaden um 4%, das nehmen wir mal. 4% ist zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Oh, ich kann ihn von hier aus da drüben angreifen. Um einen Zauberstab zu treffen, ist nicht ganz so einfach. Ups. Immerhin habe ich hier durchrasiert. Oh, okay. Stimmt, ich könnte mich hier einfach mal unter so einen Gegner stellen. Und dann sowas hier machen. Ist ja einfach bloß ein zweiter Zauber, den wir haben. Und durch unsere Magieabsorption ist uns das ja mal herzlich egal. Oh, von denen kann ich keine Magie absorbieren. Okay, hier gibt es noch was. Ursache doppelten Schaden, erleide doppelten Schaden. Da wir Vampirismus haben, nehme ich es mit. Jetzt haben wir aber nur noch 90% des Lebens. Stylgische Fakultät. Ich glaube, Stylgische Fakultät war das ganz oben. Ich hoffe es. Ja. Das war der Ort, an den ich wollte. Ich habe das schon mal da hochgeschafft. Ich schaffe das wieder. Oh, der hat hier so ein... Oh Gott, richten die viel Schaden an. Scheiße. Oh, das tut mir leid. Lady Noir vom Scharfschützen getötet. Immer noch kein Waldläufer. Lady Aristoteles, Kartografin. Sir Beezer, der Revolverheld. Den nehmen wir jetzt. So, dann gucken wir nochmal nach Blutsachen. Oder das Gelehrten-Ding. Das kostet mehr, als wir uns leisten können. Kostet auch mehr, als wir uns leisten können. Den könnten wir noch kaufen, aber der bringt uns nichts. Und das kostet auch alles zu viel. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Maximalleben für ihn mit. Okay. Was ich sehe schon, oben ist gefährliches Terran, aber gut. Bringst du ihn jetzt auch nicht so widerstandsfähig, Magier. Axis Mundi, ne. Ohne eine Waldläuferfähigkeit haben wir da keine Chance. Also da ist wirklich, da müssen wir einmal mit dem Waldläufer rein. Das hier ist wahrscheinlich auf Doppelsprung eigentlich getrimmt. Dass man hier erst den Doppelsprung haben sollte. Aber sowas hat mich noch nie aufgehalten. Natürlich gibt's die Bilder wieder. Oh Gott. Okay, timing. Und go. Scheiße. Oh, die wirft. Sie spießmalt. Okay, was gibt's hier? Ring des Hyperion. Überlebe einen tödlichen Treffer. Ring des Zeloten. Zauber, die mit vollem Mana gewirkt werden, machen mehr Schaden. Das ist in Ordnung. Okay. Immer schön die Beleuchtung mit zerstören. Könnte Essen oder sowas geben. Aber hier war doch eine Brücke. Die Brücke will gerade nicht. Wahrscheinlich mal wieder irgendwas, irgendwas benötigt. Mistvieh. Scheiße. Nee, also da oben. Haha. Ist halt... Ist halt doof. Survive. Ja, schön. Kampfrolle Obscura. Wasser Atemus. Eigentlich von kein... Eigentlich will ich keinen von denen. Der Olf. Dann nehme ich mal Milchse... Nee, der ist Perfektionist, um Gottes Willen. Dann nehme ich so Olf. So, wie viel Geld haben wir denn? 1100. Das reicht, glaube ich, für ein Blutgegenstand. Nee, vier für das Ding hat es gereicht, ne? Ja. Gelehrten Abzeichen. Oh, sie hat was zu sagen. An manchen Tagen vermisse ich es, im Wald zu sein. Ich vermisse es vor allem... Ich vermisse vor allem den Geruch an den Docks. Ich vermisse vor allem den Geruch dort. Der... Der an den Docks gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt nichts Schöneres, als am Morgen aufzuwachen und den Tau riechen zu können. Restuarin Nama konnte wirklich grausam sein. Doch sie hat stets gute Arbeit geleistet. Sie hat sich um den Wald gekümmert. Der Dank ihr Gedieh. Klingt, als sei es nichts Besonderes, was? Doch hier unten bedarf es harter Arbeit, um das bewerkstelligen zu können. Ich glaube, außer ihr hätte das keiner geschafft. Weißt du was ich noch? Vermisse Pizza. Dabei hatte ich erst vor 20 Minuten welche. Ich kenne das Gefühl. Okay, wir gehen jetzt nochmal an die Docks. Zur Axtes Mundi. Da hieß es, ja, es wurde ein Artefakt versteckt. Vielleicht hilft uns das. Und da unten ist es nicht. Gerade mal, hier ist es Unsinn. Wasser sehe ich nichts, mit dem ich irgendwie interagieren könnte. Oh, da habe ich los gehandelt. Wieder so eine ganz knappe Geschichte hier. Das ist mir egal, ich habe es auch geschafft. Das ist ein Kack hier, sage ich euch. Oh, ich bin auch zu ungeduldig gerade. Ich komme hier auch nicht hoch. Wir haben den See fertig ausgehoben, fast alle Leichen entfernt. Auf Befehl der Estuare werden die Leichen in einem Torhaus beim Eingang zum Kerguelen-Plateau aufbewahrt. Dort bleiben sie bis auf Weiteres. Estuaren Nama ist für die Bestattung zuständig, aber das geht alles zu langsam. Sie fordern, dass jeder Leichennamen sorgfältig präpariert wird, damit er die Erde richtig nähern kann. Aber die Leichenberge firmen sich immer höher auf und ich befürchte, dass wir bald keinen Platz mehr haben. Im Bauchgefühl sagt mir, dass irgendwas nicht stimmt und dass das nicht nur die Fäulnis ist. Klingt nicht so ideal. Na, das ist auch nicht. Ich will halt jetzt nach dem einen Ding suchen. Deswegen bin ich da ein bisschen riskanter. Na, gar nichts. Nein, da ist auch nichts. Heilung, davon haben sie aber auch noch nichts gehört. Oh fuck. Besser. Muss jetzt eigentlich schnell zum Teleporter und zurück ins Schloss. Nein, 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 nein. Oh, ich lebe noch. Nein, ich habe es verfehlt. Scheiße. Ja, ich bin gerade, glaube ich, zu unkonzentriert. Wir haben immer noch keinen Waldläufer. den ich ja doch gerne hätte. Den ich ja doch gerne hätte. Medium. Okay, Lady Aseria, du bist beim nächsten Mal dran. 1300 reicht das. Oh, jetzt ist hier alles gruselig. Oh, jetzt ist hier alles gruselig. Es braucht 20 mehr. Und das da braucht immer noch ein bisschen mehr zumindest. Nein, ich habe doch den Brustpanzer. Wie sieht es denn damit aus? Das ist noch viel, viel mehr. Okay. Ja, dann erhöhe ich erst mal das Tragegewicht noch um 10. Damit wir dann alles ready haben. Ach, die kann ich auch zerstören. Okay. Ja, das ist cool. Gut, Leute. Dann lasst ihr mir jetzt aber ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Rogue Legacy 2. Bis dann. Euer Wolf.